Hallo, liebe Deutschlernende! Zur Zeit nieselt es ein bisschen. Das heißt, es regnet, aber die Tropfen sind ganz, ganz klein. Es nieselt gerade und heute möchte ich mit euch darüber reden, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Beziehungsweise viele Menschen sagen das. Alles passiert aus einem Grund. Ich stimme nicht ganz zu beziehungsweise ich würde das anders formulieren, weil es für mich ... Ich weiß nicht so wirklich, was das heißen soll, dieser Satz. Alles passiert aus einem Grund. Aber ich denke, was gemeint ist, was gemeint ist dabei, dass wir, egal was passiert, wir wachsen. Wenn wir zurückschauen in die Vergangenheit und was wir so erlebt haben in unserem Leben, dann sagen wir manchmal, dass es alles aus einem Grund passiert, weil wir uns sagen, okay, das ist passiert und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht der, der ich bin. Und die Menschen sagen das sogar bei negativen Dingen. Die sagen zum Beispiel, ich war in einem Autounfall und das hatte einen Grund, weil jetzt bin ich eine stärke Person. Diese Begegnung mit dem Tod hat mich gelehrt, das Leben mehr zu schätzen. So was zum Beispiel. Insofern würde ich aber nicht sagen, alles passiert aus einem Grund, sondern um es präziser zu formulieren, um es klarer zu formulieren, alles, was mir passiert ist, hat mich geprägt. Und ich lerne, egal was passiert. Und das ist auch eine gute Einstellung, wenn gerade ganz viele Dinge passieren, die nicht so gut für einen sind oder wo man meint, die sind nicht so gut. Ja, mir ist das und das passiert, mir ist das und das passiert und oh, das ist nicht so schön und mir wurde die Brieftasche geklaut oder mein Fahrrad wurde geklaut oder ich habe mich verletzt. Aber man kann immer sagen, okay, das ist schlecht, aber ich wachse daran. Ich wachse an meinen Aufgaben. Und ich denke, das ist eine sehr tolle Aussage. Es ist ein sehr toller Gedanke. Es ist ein sehr inspirierender Gedanke, dass man nicht verzagt, dass man nicht die Motivation verliert. Dass man nicht voller Frust ist, sondern dass man sich sagt, okay, es wird besser und jetzt lerne ich. Jetzt lerne ich aus meinen Erfahrungen, aus meinen Erlebnissen. Und das war wirklich so alles, was ich sagen wollte. nur diese interessante Phrase, dieser interessante Satz. Alles passiert aus einem Grund. Und im gewissen Sinne meinen die Menschen auch, dass alles, was ich gemacht habe, hatte einen Grund. Die Leute meinen auch, dass alles, was sie selbst gemacht haben, einen Grund hatte. Das ist auch so ein Gedanke, der mir kam. So, was heißt dieser Satz? Alles passiert aus einem Grund. Genau. Also, um es kurz zu fassen, nochmal zur Zusammenfassung. Meiner Meinung nach ergibt der Satz alles passiert aus einem Grund nicht so viel Sinn. Aber ich denke, was die Menschen meinen, ist einmal, dass alles, was man selbst gemacht hat, hatte einen Grund. Und alles, was man erlebt hat, hat einen geprägt. Alles, was man erlebt hat, all das war etwas, wobei man gelernt hat. Man hat gelernt durch die ganzen Erfahrungen. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und mich würde sehr interessieren, was du über dieses Konzept denkst. Passiert alles aus einem Grund? Und was heißt das? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und bis morgen. Tschüss!